Küch Küch Hallo, wir sind heute in der Schule. Lisa, das ist ja Nina und ich. Und ich nehme jetzt mal die Vagante Show von den beiden auf. Erstmal, das ist ja Nina. Ich hab's hier richtig abgeschickt. Ich hab ein eigenes Fleischkarte dazu. Und noch nicht mehr. Das ist voll 2%! Willst du es mal probieren? Oh, sehr delizios! Gerne! Das kann man auch auf der Tisch wieder probieren. Damit es schön warm ist. Noch ein später zu. Die will geiger Schammer Würstchen sein. Kann man auf die Tisch wieder probieren. Und der Neue? Hier, ja Nina und ich. Ja Nina und ich, hier. Sie stellen die Gläser darauf vor. Hier. Das sind die Gläser des neuen Jahrtausends. Nur in der Hauptschule Wissen. Das ist natürlich ein... Ähm, ja! Jaaa! Und auch! Schalbar! Und den Ding! Und den Ding! Schmsch! Schmsch!